Herzlich willkommen auf meinem kleinen Kanal. Wir fahren heute das Szenario von Aachen nach Ehrenfeld mit der Baureihe 187 auf der Schnellfahrstrecke Köln. Ich wünsche euch viel Spaß. Willkommen in Aachen Hauptbahnhof. Dieser Zug fährt in Richtung Ost nach Köln-Ehrenfeld, wo ein anderer Lokführer seine Fahrt fortsetzen wird. Die werden während der Hauptverkehrszeit unterwegs sein, also achten Sie auf die Signale. Ich würde mich über ein Abo und einen Kommentar sehr freuen, und aktiviere doch bitte die Glocke. Musik 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 Wir fahren heute mit Sifa, BZB und AFB. ASB, ASB, ASB. Zugbeeinflussung. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Z5 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 Z.F.A. Die Z-Fall Ziva 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF 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 Das war's. Z5 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 Musik Zipa 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 Zipa